Das ist hier die Bremerstraße. Es freut sich dort ausfällen. Aber eigentlich auf der Planung drin. Hier ist der Schneebecker. Wir wollen die Planung nicht mehr fällen, aber wir wollen noch mal durchfahren. Wir müssen einfach damit schnell durchfahren. Wir müssen jetzt noch mal durchfahren. Wir müssen jetzt noch mal durchfahren. Wir müssen jetzt noch mal durchfahren. Jetzt reicht's abbiegen. Ja, das muss man recht machen. Einmal ein bisschen um die Stadt. Wir wollen aber auch mal gerne befinden. Wir wollen, dass wir das hier mal schaffen. Wir müssen jetzt auch mal unterstunden. Wir müssen jetzt auch mal auf 1. Das ist hier. Ab 1.8.2000. In 500 Metern rechts abbiegen. Und fährt sich. Okay richtig. 6.26 mal. Wir müssen jetzt mal stattfällen. Ja, wir kurz an пойдem. In 300 Metern rechts abbiegen. in die Andreas-Paule-Wieber-Straße. Ja, das zeigt uns jetzt die Schleichwege, wie wir hier das alles verbreiten können. Jetzt rechts abbiegen. Ja, das muss man wieder rausfinden. Wir machen gleich. Jetzt sind wir doch mal gestärkt. Demnächst wenden. Ich halte die ganzen Flüge frei, wenn wir uns im Bild zeigen. Wenn möglich, bitte wenden. Ja, oder irgendwie voraus nach der Kirche mit einem Glock auf und auf. Da ist hier der Reicht, oder was ist jetzt? Wenden wir gleich weiter jetzt wenden. So, hier hat eine neue Route. Geradeaus. Licht wird gerade abgeschaltet. 20er Zunde. Wir müssen den ersten Gang fahren. Hier gehts hoch zum Markt. In 500 Metern rechts der Straße folgen. In 500 Metern rechts der Straße folgen. 6 Uhr 28. 30. Die ersten Geschäfte. Licht haben. Soll das jetzt um die Turm sein? 300 Metern rechts der Straße folgen. Die Hauptstraße. 2 Uhr 28. 2 Uhr 28. 3 Uhr 28. 4 Uhr 28. 2 Uhr 28. 2 Uhr 29. 2 Uhr 29. 4 Uhr 29. 4 Uhr 29. 6 Uhr 30. Polder, aber da kommen wir rein. Polder bitte rein. Kiosk im Zopp haben sie. Das ist im Zopp da. In 300 Metern rechts der Strasse folgen, in die Altmöllner Strasse. Hier ist ein bisschen runtergekommenes Bahnhofsviertel. Jetzt reicht es der Strasse folgen. Da fahren wir mal alles. Voraus, Kampenberg. In 700 Metern rechts abbiegen. Jetzt kommt hier rechts, und oben rechts, und 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 rechts. In 300 Metern am Ende der Strasse rechts abbiegen, in den Vordampen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Ja, eine kleine Kontrollfahrt. In 700 Metern rechts abbiegen. auf die B207. In 300 Metern rechts abbiegen, auf die B207. Jetzt rechts abbiegen. Halt weil, auf die B207. Jetzt geht's los, in den T-Tier. Tschüss.